In rund einer Woche feiern wir das Osterfest, aber diesmal ganz anders als sonst. Wir dürfen wieder Gottesdienste feiern, aber wir wollen sie auch mitnehmen, in das Internet dort Ostern mit uns zu feiern. Die Osterkerze ist noch nicht entzündet. Die Osterkerze, die dafür steht, dass Jesus Christus Licht der Welt ist. Licht, was wir im Augenblick ganz besonders brauchen. Besuchen Sie unseren Internetkanal, die Facebook-Seite unserer Gemeinde, um dem Ostergottesdienst mit zu folgen.